Hallo, liebe Freunde! Willkommen zurück bei Crisis Core, einer weiteren Folge in den Slums von Sektor 5. Wir haben ein kleines Déjà-vu-Erlebnis gehabt, für alle die, die den Remake-Teil von Final Fantasy 7 hier auf diesem Kanal verfolgt haben. Wenn man sich diese Kirche anschaut und dieses Mädchen da hinten sieht, was doch, denke ich, schon sehr vakant vom Weitem ist, dann könnt ihr euch sicher nicht vorstellen, was passiert ist. Ja, wir hatten einen kleinen Freiflug bekommen und reden nochmal ein bisschen mit den Leuten hier. Woher weißt du, dass wir von oben kommen? Ja, lass mich doch mit den Leuten hier mal reden. Ich bin halt ein sehr sozialer Mensch. Im Gegensatz zu dir scheinbar. Vielleicht hat sie sich das bei uns irgendwann mal abgeguckt. Ein Igelfloh! Ow. Sof! You're amazing! You're so strong. Strong. Like a monster, right? Zack? What's wrong? Nothing. Now, let's move. Hey, I looked good, right? Kind of balls, huh? Hmm. What? Dunno. Come on! Flatter me! All right, Zack. Let's go. Hello? Uh, 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 hello? Schon ein kleiner Poser, der gute Sack, ne? Er will ein bisschen, ein bisschen die Muskel nicht viel lassen vor der Heiress. Ja, ja. People who come from the slums, they fall into one of two categories. They either hate Shinra or they idolize it. I'm the latter. One day, I'll find me a Shinra-Executive and live the good life. Ah, ja. Ah, ja, ich verstehe. Ähm, mach so eine Frage. Wenn hier Monster rumlaufen, was ist denn mit den ganzen Leuten, die hier so spazieren gehen? Das interessiert ja alles scheinbar nicht, oder? Shouldn't we get going? More Monsters will come. Let's go. Hey, wait. Hey, du hast gesagt, wir sollen gehen. Hey, du hast gesagt, wir sollen gehen. Haben die auch Handy-Support? Hm, shop. Oder mit dem Waldrollfahren? Hm, nicht nur ein Park. Ich komme sofort. Ähm, ich muss mal eben kurz gucken. Aingeal-Fanclub-Rundschreiben 314. Liebe Aingeal-Freunde, heute wenden wir uns in einer traurigen Angelegenheit an euch. Jetzt erreicht die Nachricht von Aingeals heldenhaften Tod im Kampf. Waldläufer werden sich folglich auflösen. Wir danken euch für die langjährige Unterstützung. Als letzte Veranstaltung werden wir eine Trauerfeier in der Nähe der Kirche abhalten, zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Lasst uns zusammenkommen und für Aingeals Seelenheil beten. Da dies unsere letzte Zusammenkunft wird, freuen wir uns über euer zahlreiches Erscheinen. Man redet trotzdem gerne, ne? Ah, guck mal, da hinten gibt es noch einen kleinen Side-Quest. Ach Gott, neu. Rotleder von Kanzel. Holländers T-Shirt, was? Hat mir sagen lassen, dass das Lieblingsshirt von diesem Holländer das Logo der berühmten Banora-Apfelkompott-Dosen ziert. Ob der Typ wirklich so versessen auf Äpfel ist? Oder hatte der auch seine Finger bei dem im Spiel, was in Banora abging? Seine Arbeiten in der Forschungsabteilung waren regelmäßig Desaster im abteilungsinternen Machtkampf. Und da lag er, wurde auf einem bedeutungslosen Posten runterbefördert und hat sicher einen tierischen Hals auf Shinra. Aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Hm, ob das T-Shirt ihm wohl als Stressausgleich dient? Was ist das überhaupt für Nachrichten von ihm? So, Genesis-Fendler-Pundschreiben 668. Wir berichten heute vom Ablauf der gestrigen Gedenkfeier, auf der die versammelten Mitglieder gemeinsam aus Loveless lasen und für Genesis' Glückseligkeit im Jenseits beteten. Der eigens für die Veranstaltung angefertigte Apfelschmuck fand reißenden Absatz. Damit auch diejenigen, die nicht an der Feier teilnehmen konnten, sich daran erfreuen können, bieten wir den Schmuck ab sofort im Versand an. Interessenten wenden sich bitte an diese Adresse. Nur solange der Vorrat reicht. Ja. Okay, keine wirklich nennenswerten Informationen. Hallo, Kleine. Die Kleine einfach hier stehen lassen. Wahrscheinlich hat er eine Missionsaufgabe. Ja. Natürlich. Okay, die Frage ist, ähm... Da muss ich rein, wenn ich jetzt aber hier lang gehe. Hey, warte! Okay, das geht nicht. Achso, geht doch. Okay, wir müssen dann wieder zurück, alles klar. Wir können aber mit den Kitties noch reden. Oh, ist aber ambitioniert. Schatzweiss. Schatzweiss. Ich bin ein Monster. Und ich hasse es. Und das wirklich weh. Ja, das ist ja schön hier. Aber was machen wir jetzt hier? Wenn es jetzt hier zumindest noch eine Truhe oder sowas gäbe, würde ich sagen, okay, kann ich ja verstehen. Ja, danke. Ja, sonst ist hier eigentlich nichts, ne? Ja, komm doch mit. Ich stelle es sich aber auch immer an, die gute Ares. Meine Güte. So. Ach was. Ihr regt jetzt halt nicht, ne? Ja. Ja. Right? Normal ist überrated. Du denkst so? Ich weiß. Ein Tag, ich zeige dir einen schönen Sky. Es wird nicht schrecklich sein. Ich glaube, du wirst es lieben. Ich möchte nochmal anmerken, dass die Gefahr, vom Himmel verschluckt zu werden, da doch nicht ganz so groß ist, wie dass dir eine Platte auf den Kopf fällt. Ich spreche da aus Erfahrung. Also nicht ich persönlich, aber so im Spielekontext, meine ich. Hey, warte. Ja, auf jeden Fall. Dann unsere Brieftasche geklaut. Man, das tut mir leid. Was ist falsch? Meine Platte ist weg. Oh nein! Das kleine Brat! Er hat gerade meine Platte verloren. Aerith, warte hier, okay? Ich gehe nach diesem Kind und zurückfraße meine Platte. Bruno! Sein Name. Bruno? Du kennst seinen Namen? Ja, ich weiß ihn. Nur ein wenig. Er macht nicht so etwas wie das. Aber... Wenn er wirklich von dir hat, ich bin sicher, dass er ein guter Grund hat. Hey, ich gehe nach ihm. Zack, du warte hier. Okay, ich warte hier. Aber ich bin ziemlich ansie. Ja, ich weiß. Das ist das Objekt? Ganz entspannt. Er ist Theft. No matter the reason. I'll have to give him a good scolding. Gut. Wir machen halt ein paar Kniebeugen so lang. Gut, ja, wir unterhalten es natürlich noch mit den anderen Kindern und so, ne? Ist das sehr aufwendig, vorzubereiten? Okay. Okay. Lass doch mal dein Angebot sehen. Ich meine, nur weil ich gerade kein Portemonnaie habe, weiß es nicht, dass ich das nicht mal gucken kann. Ich bin ein Carpenter, der allgemein reint. Ich behalte meine Materialien hier. Also, Hande aus. Das da? Das sind die Materialien? Okay. So, wir haben eine neue... Ach, das weiß ich schon wieder. Lazar, die Kinder in den Slums. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Im Schatten von Midgar, das auf einer gigantischen Plattform der Luft schwebt, liegen die Slums. Ärmliche Wohngebiete der einfachen Bevölkerung. Sie sind ein Teil der Kehrseitschinnas. Berichten zufolge sollen Kinder, die diese harte Gegend ihr zu Hause nennen, sich dort zu Gangs zusammenschließen. Kindergangs. Wenn wir diesen Umstand ignorieren, wird sich das sicher auf das künftige Wachstum von Shinra auswirken. Ich hoffe, dass wir Soldatmitglieder uns erheben und mit dieser Kehrseite auseinandersetzen. Sollen wir jetzt kleine Kinder verprügeln, oder was will er von uns? Mitgliederbenachrichtigung. Eine erfreuliche Nachricht. Unsere Mitglieder haben die von Genesis verfochtenen Thesen bezüglich des letzten Acts von Loveless in einem Buch zusammengefasst, das von uns auf eigene Kosten herausgegeben wird. Das ging relativ schnell. Da dieses Buch Grundlage unseres nächsten Loveless-Symposiums wird, können wir allen Mitgliedern des Arbeitskreises den Erwerb nur wärmstens empfehlen. Warum kriegt man das eigentlich? Mal so gefragt. Was bringen diese Nachrichten? Anything from gifts for your loved ones to common everyday use items. Fifth arm. If you need accessories, get them right here. Alles klapp. Okay. So, close, open. Also die Handzeichen. Halt! Und Thumbs up! Oh, are you looking for someone? Gezent. This exit leads to the path to go above the plates. It's possible he went that way. Dank für die Info. Hey, mister. You look pretty busy. So, hier ist noch ein Speicherpunkt. Alles klar. You. Kennen wir uns? Oh, no. Never mind. I'm just a Shinra Trooper on patrol. Okay. Kein Sex mehr. Welcome, Shopper, to the item shop. Man, ich wünschte, ich könnte einfach mal so ein bisschen die Jobs durchstöbern. Naja, was soll's. So. Dann weiter geht's. Sam. Da, 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 da. Hier raus. Wir waren jetzt uns so weit, überall. Did he go out from here? Hey, you there. Did a kid come running this way? A little boy? A little boy? I don't know. Although, children never come this way. I see. Got your pocket picked, did you? Huh? Ja, was haben wir mal, ne? Ja, was haben wir mal, ne? Ja, was hast du? Nein, ich bin nicht kaufen. Okay. Ich bin für einen Mann namen Bruno, der mein Geld genommen hat. Vielleicht hast du ihn gesehen? Er sieht so aus. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich werde mich darauf achten. Du bist der Mann, danke! Wo ist er? Da geht's. Da ist er! Hey, Herr! Das ist er! Mach ihn! Woah, woah! Dieser Mann ist ziemlich schnell. Hey, was ist das Problem? Er ist weg. Ja, Entschuldigung. Ich bin wirklich nicht so schnell auf meine Füße. Du hast keine Intention für ihn zu schießen! Nein, das ist überhaupt nicht wahr! Komm schon, Mann! Zack! Hey, Aerith! Hast du ihn noch gefunden? Nicht noch, aber gib mir Zeit. Bitte? Er steckt aber lieber in seiner Decke. Still can't catch him? Tough break. If only I could run a little faster. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir es nicht schaffen, hinter ein Kind herzukommen, was sind wir denn für ein Lappen? Okay, der kann uns nichts sagen. Ja, aber noch hier. Entschuldigung. Hast du einen Moment? Was ist das? Ich schaue einen Kind namens Bruno, der meine Füße genommen hat. Vielleicht hast du ihn gesehen? Er sieht wie das. Natürlich, ich werde dir helfen. Bruno, hast du gesagt? Ja, kein Problem. Du bist der Mann! Wenn du ihn gesehen hast, wäre es toll, wenn du ihn auch würdest. Woher ging er? Hier ist der Auto wieder auf. Hier ist er! Hey, Herr! Das ist er! Schau ihn! Er ist weg! Die stecken doch alle mit ihm unter einer Decke! Ich habe ihn gesehen. Das ist er. Er hat er versucht, den ich das beste Versuch. Und wenn er es benutzt, gab es keine Chance. Du auch! Du hast sogar versucht, ihn zu erholen. Komm, jetzt. Das ist nicht wahr, genau. Komm, Mann. Ich weiß, ob sich die Erde noch schauen. Komm, Mann. Alles selbst. Ah, ja, ja. Oh, ja noch. Hier können wir noch quatschen. Was ist mit ihm hier? Ja, nicht. Das Kiddy Kid. Ich rede erstmal mit der Händerin hier vorne. Hey, Entschuldigung, ich schaue einen kleinen Junge namen Bruno. Er sieht so aus. Ich habe ihn nicht gesehen. Warte, ich habe ihn gesehen. Really? Das Weg, ich denke. Das Weg? Ja, ja, da unten drüben. Come on, man. Die stecken doch alle unter einer Decke. Da kannst du doch erzählen, was du willst. So, Mädel hier noch. Hey there, I'm looking for someone. A little boy named Bruno. Yeah, I know Bruno. You must want to find him badly. I'll bring him here for you, okay? You will? Yeah, stay right here. Alright, I'll be waiting. Ich brauche aber ganz schön lange. Ich gebe mir noch etwas Zeit, ob sie mich angelogen hat. Ja, komm, wir sind mal geduldig. Ah, okay. Ah, das ist es. Wie weit hat sie zu gehen? Ah, ich will jetzt mal ein Pläuschken. Hey, that's the kid who took... Oh, no. You talked too soon. You know, I was just about to catch him. Weren't you trying to help him get away? No, I wasn't. That's so mean. Come on, man. Hey, Aerith. Did you find him yet? That boy is really fast. Ah, hier. Ah, mit ihm können wir noch quatschen. Hey, kid. Was it you who took my wallet? By any chance? Oh, come on. You saw. I've been here the whole time. Oh, yeah. You're right. I'm sorry. It's fine. You got pickpocketed, right? If you're looking for the guy, I'll help you out. Well, I have some leads I can give you, but you have to give me a potion in exchange. You're a broker? You can't get something for nothing, mister. But trust me, my information is good. Ja, guten Haltrack macht uns nicht armen, ne? Selbst wenn es jetzt für lau ist, ne? Aber hier, nimm Haltrack. Thank you. Oh, hey, he's right behind you, mister. Huh? What gives? He's gone. Hey, if you know where you might go, tell me. Huh? I just gave you some information. If you want to know more, give me another item. Give me a break. Ich mach einfach mal, ne? Thank you. Oh, look, fair. Really? Uh, where? Hey, kid. That wasn't the information you just sold me, was it? Hey, you catch on fast. Are you ready to buy some more? Come on, man. I wonder if Aerith is still looking. All by yourself. Come on, man. Ah, ist schon irgendwie cool. Naja, gut. Äh, Aerith. So, wie sieht's denn aus? Hallo, ich will mit dir reden. Verdammt, ich kann dich anvisieren. Aerith, how goes? Zack. Ha, there's no need to look so worried. It's just bad luck. Hey, why don't we look together? Uh, but... Don't worry about it. I'm not gonna yell at him straight from the top. I'll ask him why he did it. And I'll forgive him if it was for a good reason. Really? Yes, really. Okay, let's go look. Yeah, but... We still have no leads. If Bruno needed money, he should still be around here. Warum das denn? Yeah. Then... You stay here and keep an eye out. I'll go take a look around town. Let's try that. Okay? Okay. Ich, ähm... Weiß zwar nicht, wie das jetzt zusammenhängt, aber... Na gut. So, ich speichere mal eben bei der Gelegenheit. Come on, man. Ähm... So. Oh, guck mal, da ist er ja. Ah-ha! I found you! Uh! Whoa! Okay. No more running. Finally! All right. You know what you did was bad, don't you? You should never steal from people. Zack! Because it's very, very wrong. Now, tell me why you did it. None of your business. Why you- Bruno. Did you really steal? Yes. I see. So, why did you do that? Mmh. Mmh. You know, Aerith believed in you. No matter what I said, she insisted you're a good boy. You can shut me out, but tell Aerith the truth. Do you need money? Tell me why. I need medicine, but... My wallet was eaten by a monster. That's why I took this guy's wallet. I thought, if he's your friend, he might give me a break. Bruno. This was bad. You know that. Don't do it again. Okay. Okay. Good. Now we're friends again. Zack? You agree? You believe in him, so... Yes. Thank you. I'm sorry. But you need medicine, right? Yeah. It's for my grandpa. Ich bezahle dir Medizin, ich hole dir ein Portemonnaie zurück. Also, ja, wir holen dir das Portemonnaie zurück, ne? War einfach nur Medizin bezahlen, ist schön und gut, aber vielleicht hängt er ja an seinem Portemonnaie. Wir wissen es ja nicht. Hm? Really? Leave it to me. But it's... dangerous. Don't you worry. Monsters around here are cake. Okay. But I'm going to. No, it'll be fine. Just let me handle it. Stay here and wait with Bruno. The monsters... Should still be on the path that goes to the park, I think. Here. Take back your wallet. I think you're going to need it. Yo, danke, Bro. Alles klar? Mister? You sure about this? Ja, klar. The monsters are outside town. Somewhere along the path that goes to the park. Okay. The park is through that gate. Zack. Be careful. Auch das sind wir. Kein Problem. Kann ich denn jetzt wenigstens ein bisschen einkaufen? Sag mal. Welcome, shopper, to the item shop. Nö. Hä? Guten Tag. Willkommen in meinem Laden. Aber wir können nichts einkaufen. If you need material. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Anything for... If you need... Ich... Kann ich eigentlich hier lang? Immer so... Interesse halber? The monsters aren't this way. They're towards the park. Ich wollte es so probieren. Gut. Bevor wir da rausgehen, speichern wir natürlich noch einmal. Sicherheitshalber. Wisst ihr ja, na? So. Dann würde ich sagen, äh... Oh, ist es schon wieder soweit. Freunde, ähm... Wir hatten in dieser Folge ein kleines bisschen Spaß mit einem Langfinger. Und nächste Folge werden wir diesem kleinen Langfinger mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ihm sein Portemonnaie aus dem Schlund dieses bösen, bösen Monsters zurückholen. Irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall. Ich danke euch auch heute wieder fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid bei einer weiteren Runde von Crisis Core. Bis dahin halt die Ohren steif, Freunde. Macht es gut. Bis dahin halt die Ohren steif.